Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Fühlen Sie sich oft müde, trotz ausreichend Schlaf und ausgewogener Ernährung? Vielleicht kämpfen Sie auch mit Muskelkrämpfen nach dem Training? Die Lösung könnte ein unscheinbares Mineral sein. Magnesium, der Schlüssel zu mehr Energie und Power. Magnesium ist weit mehr als nur ein Mineral. Es ist ein echter Allrounder und ein entscheidender Baustein für den Energiehaushalt. Zudem spielt es eine Schlüsselrolle in über 300 biochemischen Stoffwechselreaktionen. Unter anderem reguliert es den Zuckerstoffwechsel, entspannt die Muskeln, reguliert den Blutdruck und sorgt dafür, dass Ihr Nervensystem wie geschmiert läuft. Des Weiteren ist es an der Synthese von ATP beteiligt, der Energiequelle unserer Zellen. Ohne genügend Magnesium können wir also nicht die Energie produzieren, die wir im Alltag und beim Sport brauchen. Studien zeigen sogar, dass Magnesium die Regeneration nach dem Training unterstützt und das Verletzungsrisiko reduziert. Wenn Ihr Magnesiumspeicher leer ist, geraten viele Körperfunktionen ins Wanken. Magnesium ist sozusagen eine Art Katalysator, der unseren Körper in Schwung hält. Nicht nur für aktive Menschen, die ihren Körper täglich fordern, ist Magnesium unverzichtbar. Magnesium hilft nicht nur bei der Energieproduktion und dem Stoffwechsel von Kohlenhydraten und Fetten. Es fördert zudem die Proteinsynthese und hilft, die Muskeln nach dem Training zu entspannen und Krämpfen vorzubeugen. Des Weiteren beeinflusst es auch den Elektrolythaushalt und unterstützt den Sauerstofftransport im Blut. Auch die Herzgesundheit profitiert. Ein stabiler Magnesiumspiegel kann Herzrhythmusstörungen vorbeugen. Ohne ausreichend Magnesium läuft der Motor Ihres Körpers auf Sparflamme. Ein Magnesiummangel äußert sich oft schleichend. Konzentrationsprobleme, Nervosität, Schlafprobleme, Stimmungsschwankungen, ständige Müdigkeit, Verdauungsprobleme, Muskelschwäche, Krämpfe oder auch Kopfschmerzen können auf einen Magnesiummangel hindeuten. Viele Menschen, besonders Sportler, nehmen weniger Magnesium auf, als sie tatsächlich benötigen. Für Sportler bedeutet ein Mangel unter anderem weniger Energie, schnellere Erschöpfung, Muskelzuckungen, Krämpfe, eine längere Regenerationszeit und ein erhöhtes Verletzungsrisiko. Der Bedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen liegt je nach Geschlecht und Aktivität zwischen 300 und 400 Milligramm. Doch bei Sportlern mit hoher körperlicher Belastung durch schweißtreibende Workouts oder Menschen mit einer überdurchschnittlich hohen Stressbelastung steigt der Bedarf sogar noch. Nüsse, Samen, dunkle Schokolade, Avocados, grünes Blattgemüse, Hülsenfrüchte oder Bananen sind hervorragende Magnesiumquellen. Allerdings reicht die Ernährung oft nicht aus, um den Bedarf eines Sportlers zu decken. Des Weiteren variiert die Bio-Verfügbarkeit von Magnesium je nach Lebensmittel. Daher kann es durchaus ratsam sein, es in Form eines Nahrungsergänzungsmittels zu sublimitieren. Für alle, die Schwierigkeiten haben, ihren Bedarf über die Nahrung zu decken, sich in stressigen Phasen befinden oder bei intensivem Training sind Nahrungsergänzungsmittel oft sinnvoll und können helfen, den Bedarf effektiv zu decken. Wichtig ist, auf hochwertige Produkte und die Form zu achten. Magnesiumcitrat und Magnesiumglycinat sind gut bio-verfügbar und werden vom Körper gut aufgenommen, während Magnesiumoxid weniger effektiv ist und nicht so gut aufgenommen werden kann. In unserem neuen Format Nährstoff ABC warten noch viele weitere spannende Informationen und Gesundheitstipps auf Sie. Abonnieren Sie unseren Kanal, um kein Video mehr zu verpassen und erzählen Sie uns in den Kommentaren, über welchen Nährstoff Sie gerne mehr erfahren möchten. Wir freuen uns auf Ihre Ideen und ein Like von Ihnen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Durch und Durch gesund.